11 Fakten über Solo a Star Wars Story. Fangen wir an! Fakt Nummer 1. Während des Shootings wurden mehr als 80 Reifen an beiden Stuntfahrerantrieben wegen Abnutzung verwendet. Fakt 2. Die Brücke in der Grenzstadt Fort Ypso wurden mit Federn eines Land Rovers wackelig gemacht. Fakt 3. Die äußere Millennium Falcon Konstruktion wiegt 31 Tonnen und muss mit 2 Kränen bewegt werden. Fakt 4. Man brauchte über 3 Monate um den inneren Millennium Falcon zu bauen. Es ist das größte Falcon Set was jemals in einem Star Wars Film hergestellt und benutzt wurde. Fakt 5. Über 500 Designs für Kreaturen wurden im Designprozess für den Film produziert. Fakt 6. Das Visual Effect Team scannte digital über 500 Charaktere, Requisiten und Sets. Fakt 7. SixEye ist der ausgereichteste mechanische Kopf der jemals hergestellt wurde. Er hat 50 Servos im Kopf mit Onboard Intelligenz. 50 Servos! Fakt 8. Dies ist der erste Film in dem Chewbacca in einer Hauptrolle zu sehen ist. Um dieses Level an Action auf dem Bildschirm zu erreichen, produzierte die Produktion 8 Anzüge und 10 Köpfe. Fakt 9. Beckett hat 2 Pistolen im Film. Es gibt 10 Kopien von jedem. Für verschiedene Zwecke wie zum Beispiel weiche Kanonen für die Kampfszenen. Fakt 10. Auf der Yacht gibt es Vitrinen. Und unter all den Schätzen in ihnen sind einige, die von einem anderen Film-Franchise erkannt werden könnten. Indiana Jones. Es gibt die Sankara-Steine von Indiana Jones und der Tempel des Todes. Die Furchtbarkeit, Idol von Jäger des verlorenen Schatzes. Und auch der heilige Gral selbst. Fakt 11. Ein kleiner Funfact. Im Millennium Falcon hängen 25 Paare ikonischer Goldwürfel. Drei davon stammen von Tiffany. Aber wer ist Tiffany? Mal sehen, wer es weiß. Schreibt es in die Kommentare. Das war es mit den 11 Fakten von Solo ist Star Wars Story. Bitte schreibt in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut überall mal unten in der Beschreibung vorbei. Haut da rein. Bis dann und ciao.